Wer ist da? Hä? Da war doch gerade jemand. Ach egal, wenn ihr schon da seid, Leute, dann gibt es direkt eine Tour von meinem Haus in Roblox. Ich bin gerade aufgestanden, es ist auch noch ziemlich früh gerade. Ja, das erste was ich tue, wenn ich aufstehe, ist scheißen gehen. Hier auf meinem schönen Klo gehe ich dann immer kurz scheißen. Und wenn ich dann fertig war mit scheißen, gehe ich erstmal die Hände waschen. So, wie sich das gehört, wird es blank. Ja, manchmal, wenn ich dann noch Zeit habe und Bock habe, dann gehe ich auch nochmal kurz ins Bad. Und dann habe ich gebadet und lasse das Wasser wieder raus. Gehe kurz hier und gucke, ob noch alles da ist. Hier hängen auch immer sehr besondere Dachen. Jedoch hier ist es gerade erst 7.20 Uhr. Und dann gehe ich immer mit meiner automatischen Tür hier raus. Und ja, was ich da mache, ihr seht, es ist dann noch ein bisschen dunkel, aber es geht noch. Dann gehe ich erstmal zu meinen Blumen hin und gieße sie erstmal. Jetzt habe ich auch eine Blume, sogar zwei, sogar drei. Ich nehme mir manchmal nämlich ein paar mit für meine Frau. Die ist jetzt gerade aber arbeiten, deswegen kann ich euch die nicht zeigen. Also gehe ich wieder rein. Und ja, dann gehe ich auch immer schön hier hin und gucke dann ein bisschen Fernsehen. Und wenn ich ein bisschen Fernsehen geguckt habe, dann bekomme ich auch schon immer so krass Hunger und gönne mir dann erstmal ein bisschen was. Boah, lecker, lecker, lecker. Wenn ich es dann aufgegessen habe, dann gehe ich und hinten habe ich dann auch nochmal ein paar Blumis. Dann gucke ich immer, ob es denen gut geht. Wenn es denen gut geht, dann ist alles gut. So, hier hinten habe ich dann auch noch einen Bereich. Ja, hier hinten ist so mein Garten. Hier auch schön mit den Lichtern. Und hier ist dann schön, ja, eine Sache, wo ich was machen kann. Hier ein paar Rezepte zum Kochen. Wenn meine Mutti mal nicht das, sonst macht die das immer. Also meine Ehefrau. Also meine Ehefrau. Und meine Kiddies. Ich habe leider keine. Und dann kann ich auch schön mal schön kochen. Hier zum Beispiel ein Hotdog. Oder was auch immer das ist. Und wenn es dann fertig ist, dann, ja, esse ich den Hotdog. Aber gerade habe ich keinen Hunger, deswegen schmeiße ich ihn einfach da hin. So. Und jetzt nehmen wir mal meinen geilen Hotdog. Ach, Hotdog. So, meinen Aufzug. Dann komme ich nach hier oben. Ja, hier geht es dann erstmal schön in einen zweiten Dings. Jetzt, wo ich gerade hier bin, fällt mir eigentlich was auch noch ein bisschen kacken wieder. So. Händenwaschen ist jetzt auch egal. So, hier kommt man dann schön zu meinem Balkon. Ja, hier kann ich dann immer schön irgendwo hingucken. Oder auf das Haus. Oder da oben auf die Häuser. Ja. Und. Da kommt es dann gleich zum dritten Stock. Und hier habe ich noch ein Bett. Hier schlafe ich aber eigentlich nie. Das ist eigentlich so für die Gäste. Ja. Oder manchmal schlafe ich sonst da. Das Bett ist knapp. Jetzt hätte ich mir fast was gebrochen. Das will ich nicht. Ja, hier kann man noch einmal schön rumlaufen. Dann ist hier da noch was zum Sitzen. So. Hier kann ich dann wieder rausgehen. Und hier dann wieder rausgehen. So. Hier ist jetzt noch eine Tür. Da waren wir aber schon drin. Das heißt, es geht zur letzten Etage. Zack. So. Hier ist dann so der Platz, wo ich immer meine Videos aufnehme. Hier vor meinem schönen PC. Dann gehe ich immer schön dran. Das T steht für die Nuten. Hier arbeite ich auch an meinen Song, der am 1. April rauskommt. Und hier nehme ich jetzt mal kurz ein Video auf. Damit man ein schönes Video heute hat. So. So. Wenn ich dann fertig bin, stehe ich dann auf. Hier ist dann eine schöne Lampe für die Beleuchtung. Falls ich mir irgendwann mit Facecam arbeite. Also jetzt wisst ihr, wie ich aussehe. So sehe ich aus. Hier schille ich dann manchmal nach mir dann. Hilfe. Schön Musik an meiner Musikbox an. Also an den Radio. Ja, hier ist so mein Aufnahmebereich. Also wirklich, äh, Luxus hier. So. Das hier ist also die erste Etage. Jetzt gehen wir mal nach draußen. Gerade ist es auch noch ziemlich dunkel. Und Leute, natürlich habe ich hier noch mein schönes Auto-Dings am Start. Hier ist mein Auto. Ich finde das wirklich cool. Und das hier ist mein Auto. Ich packe das nur mal so, heißt immer scheiße, den einzuparken. Jetzt geht es mit Full-Karacho hier raus. Und jetzt. Ja, manchmal, äh, fahre ich dann leider da rein. Und dann rufe ich immer kurz nach Hilfe. Ich hoffe, ich finde jetzt mal jemanden. Mann, das passiert mir immer. Da, Biene, du hilfst mir. Hallo, Biene, helf mir mal kurz. Oh mein Gott, danke, Budi. Das ist meine Glücksbiene, die hilft mir dann manchmal, falls ich mein Auto wieder dumm park. Ja, natürlich habe ich noch keinen Führerschein, wie man sieht. So, dann fahre ich immer ein bisschen mit mein Ding durch die Gegend. Fahre dann immer, ja, hier so hin. So. So. Hier ist dann halt schön ein bisschen was, wo ich manchmal hingehe. Manchmal warte ich dann auch hier auf der Bushaltestelle. Äh. Und ich will. Und da jetzt gleich schon Schluss ist, werde ich jetzt auch mal zu Platz angehen. Und... So. Der Bus war jetzt kurz da. Und hat mich hingebracht. Hoffe ich nicht auf der Straße laufen. Problem ist, mein Lambo steht noch woanders. Und ich weiß nicht, wo ich gerade war. Vielleicht... Ja, das hier. Äh. Das ist meine, äh, Frau. Ja, die heißt Safik 16. Ja, die kommt jetzt gleich von der Arbeit nach Hause. Und... Die, ähm... Macht da manchmal ein bisschen Sachen. Hm. Jetzt hat sie sich gerade schon nach Hause geholt, weil... Die mag das nie, wenn ich bei ihr sitze. Dann hat die keinen Bock auf mich. Und dann, äh... Ja, portet sie sich einfach nach Hause. So. Hier ist jetzt ein bisschen Party. Also hier ist so eine große Figur, mit der ich manchmal ein bisschen zusammen bin. Jetzt muss ich nur gerade wieder nach Hause finden. So. Hier ist jetzt meine Bushaltestelle wieder. Das ist halt das Problem. Ich weiß gerade nicht, wo das alles ist von mir, weil ich immer wieder vergesse, wo ich wohne. Mal gucken, ob ich hier richtig bin. Das sieht natürlich falsch aus. Deswegen habe ich immer eine Karte dabei. Da gucke ich dann immer. Sehe ich immer da... Finde ich mich gerade. Hier unten ist mein Haus. Da aber dieses grüne Haus ist. Und... Daneben ist der Flughafen. Sehe ich gerade. Da muss ich, glaube ich, hin. Das heißt... Wir nehmen den... Flughafen. Und... Ja, da steht... Ne. Gut, gerade... Mein Auto wurde geklaut. Mein Auto wurde geklaut. Das ist das Problem dann immer. Mann, wenn mir dann immer mein Auto geklaut wird, ist es nervig immer. Und hier ist dann der Flughafen halt. Da gehe ich aber nur selten hin, wenn ich also irgendwo hin will. Ja. Ja. Wie zum Beispiel... Ich nicht jetzt will, weil ich noch gar kein Ticket habe. Also schnell raus hier. Jetzt hält das Problem... Mein Lambo ist weg. Egal. Nicht auf der Dingens laufen. So. Und dann gehe ich manchmal mal hier hin. Das ist immer auch ein schöner Platz hier. Und... Hier... Gehe ich dann schön rein. Aber ja... Hier drin... Bin ich dann halt... Bin ich dann halt... Ja, hier... Äh... Ja, bin ich dann manchmal... Aber nur manchmal. Man sieht ja auch schon irgendwas geschrieben. Sieht mir nach dem Richterbereich aus. Oder so. Keine Ahnung. Deswegen gehe ich mal wieder raus. Und... Ja... Wenn ich dann... Manchmal... Zu spät bin... Dann passiert immer das mit mir. Ich fahre unendlich in den Tod. Und... Irgendwann lande ich dann wieder unten. Und das Problem ist... Dann bekomme ich immer Schaden. So... Jetzt bin ich natürlich wieder ein bisschen ärmer. Aber... Ich habe mir jetzt nur das Auto gekauft. Daher mein Ansatz geklaut wurde. Und... Ja... Tatsächlich habe ich die Nacht beim Klett vergessen. Und bin nicht pennen gegangen. Weil mir das Penn eigentlich immer egal ist. Eigentlich würde ich jetzt auch nur noch nach Hause. Und dann schlafen gehen. Weil ich gerade wirklich müde bin. Weil ich ja die letzte Nacht nicht geschlafen habe. Deswegen gucke ich mal wieder auf meine Karte, die ich immer dabei habe. Wo ich mich gerade befinde. Und das ist nicht so gut. Natürlich fahre ich auch manchmal nicht so legal. Aber... Das weiß meine Frau nicht. Deswegen... Alles gut. Ich habe auch manchmal deswegen schon ein bisschen Geld strafen bekommen. Und... Das ist mir eigentlich auch egal. Weil... Ich will einfach nur... Mein Leben leben und ein bisschen Videos aufnehmen dann. Und dann fahre ich immer schön wieder nach Hause. Also... So... Ich hoffe, hier guckt gerade niemand. Aber... Ich sehe keine Menschen. Zumindest Leute, die gerade gucken. So... So... Äh... Äh... Ich glaube ich verfahren habe. Ich weiß auch gerade gar nicht wo lang. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Ja... Manchmal... Wollt's... Manchmal mache ich auch Stunts. Aber das klappt nicht immer. Und... Hier springe ich dann immer runter. Und... Ich gucke so oft immer auf die Karte. Und... Ja... Meinen Lambo lasse ich dann da einfach stehen. So... Und dann laufe ich immer hier schön lang. Und suche mein Haus wieder 800 Jahre. Weil ich da immer mich verirre. Ja... Das Problem ist, dass ich am Tag ganz oft immer mein schönes Auto verliere. Und... Dann... Laufe ich immer schön hier lang. Und suche für irren mein Haus. Und... Das Problem ist dann immer, bis ich das dann mal gefunden habe. Dies gefühlt auch schon wieder Tag. Segen. Manchmal, wenn ich dann mein Haus nicht mehr finde. Werde ich dann auch einfach hier übernachten. Da habe ich immer meinen guten Freund von der Tankstelle. Der lässt mich immer bei ihm überladen. Also hier bei der Fabrik. Zumindest... Äh... Gehe ich dann immer hier rein. Normalerweise ist jetzt hier mein Kollege. Und der ist jetzt nicht da. Deswegen dann lege ich mich immer schön hier hin. Und... Und geschlafen. Ach, weil es nichts Besseres dann gibt. Und... ... Wenn... ... Vielen Dank.